Sarah Reynolds. Sarah, hier ist Jim. Gott sei Dank. Alles okay? Ja, mir fehlt nichts. Ich will bloß, dass du dir keine Sorgen machst. Was fällt dir ein, den Jungen zu entführen? Die wollten ihn umbringen, die auch seine Mutter umgebracht haben. Die Männer waren auch hinter dem Jungen her. Aha, und diese Information enthältst du mir vor? Stattdessen haust du mit ihm ab, Herr Gott. Jim, du bringst mich in Teufelsküche. Ich sag dir, ich kann das Ganze nicht lange unterm Deckel halten. Du musst den Jungen zurückbringen, sofort. Ich bringe dich zu deinen Verwandten in Chicago. Danach kannst du von mir aus machen, was du willst. Das, das kann ich nicht machen. Warum nicht? Seine Mann, sie, wir haben sowas wie ein Deal. Jim, hör zu. Wir haben Kollegen zu deinem Haus geschickt. Es ist vollständig abgebrannt. Wer immer hinter dem Jungen her ist, mit denen ist nicht zu spaßen. Jetzt sag mir gefälligst, wo du bist. Ich ruf wieder an. Jim! Sarah Reynolds. Sarah, hier ist Jim. Gott sei Dank. Alles okay? Ja, mir fehlt nichts. Mir fehlt nichts. Ich will bloß, dass du dir keine Sorgen machst. Was fällt dir ein, den Jungen zu entführen? Was fällt dir ein? Die wollten ihn umbringen, die er aus seiner Mutter umgebracht haben. Umbringen. Die Männer waren auch hinter dem Jungen her. Aha. Und diese Information enthältst du mir vor? Stattdessen haust du mit ihm ab, Herr Gott. Abhacken. Jim, du bringst mich in Teufelsküche. Jemanden in Teufelsküche bringen. Ich sag dir, ich kann das Ganze nicht lange unterm Deckel halten. Unterm Deckel halten. Wir haben Kollegen zu deinem Haus geschickt. Es ist vollständig abgebrannt. Vollständig. Wer immer hinter dem Jungen her ist, mit denen ist nicht zu spaßen. Jetzt sag mir gefälligst, wo du bist. Gefälligst. Ich rufe wieder an. Jim! Untertitelung des ZDF, 2020